Petra Damm ist eine ehemalige deutsche Fußballspielerin. Petra Damm spielte für den VfH Eintracht Wolfsburg. Auf Vereins- oder Verbandssebene gewann sie keine Titel und erreichte abgesehen vom verlorenen Endspiel um den DFB-Pokal 1984 kein Finale. In der Nationalmannschaft debütierte Damm 1984 bei einem Spiel gegen die Niederlande. Sie bestritt insgesamt 46 Spiele und erzielte zwei Tore. Ihr letztes Spiel bestritt sie 1991 im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gegen Schweden beim verlorenen Spiel um den dritten Platz. 1989 stand sie im siegreichen Team bei der Europameisterschaft, 1991 wurde der Titel verteidigt und sie wurde in China WM Vierte. 1992 wurde sie zu Niedersachsens Fußballer des Jahres gewählt. Heute ist die frühere Mittelfeldspielerin-Trainerin der zweiten Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg.